1 1 1 reingegangen das eigentlich ziemlich dumm die idee weil ich gerade einfach nicht darauf ready bin nicht offen also das heißt auf klarkommen werde ich kann bewusst mich nein nein ich werde sterben vermutlich ach so ich wollte bloß hören wie sie ob sich das anhalt anders anhört weil ich mein mikro verstellt hatte ok 3 2 1 1 schuss ich bin tot genau schenk mir ein fall schenk mir ein fall anscheinend beides bogenspieler nein aber er hat mich gekriegt ach so ich muss ja ich soll ja muss man gewöhnt zu kommentieren wenn ich ein 12 1 1 1 so einem tag auf geht's gegen mxmv 4m ich sag ja schon mv ich will selbst gerne mal wissen wo ich da gerade ein v gelesen hab mann ey mann das sind nur ein halbes herz wieder hat war so klar mann nur ein halbes herz es kann doch wohl nicht dessen ernst sein ein halbes herz ist so kern ist für mich wie gar nichts ein halbes herz ist so als würde man zum bahnhof gehen und nein so ich wusste gar nicht was ich gerade sagen würde deshalb habe ich den satz lieber abgebrochen weil es sonst beinig geworden wäre wow naja was für ein kid ist es ist und achte ist es das ist so ein äh scheiße doch es ist so ein ich hätte ich tot weil ich es kann bro wo ich bin ja ohne ich bin ja in wenn in 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 manu war es schlecht von mir gemacht wäre auch recht bei nicht holt kugelmann ja das wir schönen kriege und dann man der games der welt gestattet man schnell geht es schneller ja komm ich gehe mal hier auf dem panzer aber du hast mein herz abbezogen so war es genau das was ich würde man der drachen fort schon drachen fort mit zwei herzen oder ich sehe das immer nicht so optimal also ob die man zum glück weil ich habe mir ein bisschen ausgestellt also kleiner gemacht weil sonst ist ja immer mit einem bild juhu an pvp kommt ich auch nämlich selbst geht es überhaupt man geht hin muss nicht mehr man ja jetzt aber ganz eindeutig drei jahre zu müssen aber aber alles klar ist weil ich auch noch müssen aber die offen läuft schon sechs minuten ja kommt da machen wir jetzt hängen jetzt noch was richtig cooles dran und zwar machen wir jetzt einmal das training und zwar machen wir den parkour und versuchen den durch schnell wie möglich zu absurde sollen ihre 32 gesagt der servers training ist noch nicht nein nein erster fehler schon ich werde jetzt wo ich gerade aufnehmen klappt wir alles gar nicht ja was habe ich was habe ich gesagt das mache ich sonst mal locker und zack und und zack so darüber allerdings muss man auch muss man einfach alles allerdings von denen ist so kurz dadurch gleiten dadurch safe so zack 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 jetzt geht es hier herum den weg kennen wir ja schon frage ich mich eigentlich jedes mal oa wie ich da laufen soll aber diesmal habe ich es genau optimal geschafft hier auch super drüber zack ich weiß gleich ob man es schaffen kann frage ich mich auch mal immer da nein oder war da war ich bin jetzt ich weiß nicht ob ihr es gesehen habt damit damit zack 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 da geht es schon wieder hoch hier den gang kann man sogar spritten kann man hier kann man spritten hier kann man auch raus sprinten muss ich aufpassen weil jetzt kommt hier gleich der lavasee das war spinnens und ich bin gerade ein richtiger lavasee nein aber ich probiere einfach so schnell wie möglich durchzukommen das hat versuche ich so einfach nur so schnell wie möglich durchzukommen und gar nicht so viel dabei oder dazu ja na ist nicht ganz optimal wo man die leiter oder nein nein normalerweise land ich wächst und noch das ist ziemlich dämlich ist man kann hier nicht mal festgestellt und kann die an der seite einfach komplett durch waschen fast dann hier das labyrinth zack 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 das kommt ja ein schwierige partei wie ich finde und damit haben wir eine neue bestzeit aufgeschüttet und zwar jetzt nice wo ist so kann es gehen so kann sie in aufnahmen gerne immer gehen dann bedanke ich mich fürs zusehen werden wir mal gleich das audio angucken beziehungsweise das video und wird vielleicht die runde denke hier die runde parcours hinten noch dran lassen aber den rest der feld vorweg gespielt habe ja die nicht vorweg gespielt habe alles klar aber auf jeden fall den rest die ich da jetzt während dieser kleinen aufnummer gespielt habe werde ich einfach mal denke ich mal weg hatten so hat 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 ja krassowitsch äh nein ja auf jeden fall in spinnens ein einhängt ja dann bedanke mich fürs zu sehen und sage gough cold body bloody 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 blub dog eher blup ke�� not Vielen Dank.